Wen suchen Sie? Wen suchen Sie? Wen suchen Sie? Ich suche Frau Merkel. Ich suche Herrn Einstein. Ich suche meine Mutter. Ich suche meine Mutter. Ich suche meine Schwester. Ich suche meinen Bruder. Ich suche meine Freundin. Ich suche meinen Freund. Ich suche meinen Freund. Ich suche meinen Freund. Ich suche meinen Sohn. Ich suche meine Tochter. Ich suche meine Tochter. Ich suche meine Tochter. Ich suche meine Tochter. Ich suche den Besitzer dieses Fahrzeugs. Ich suche meine Tochter. Ich suche den Besitzer dieses Fahrzeugs. Ich suche einen Polizisten. Ich suche einen Arzt. Ich suche eine Krankenschwester. Ich suche eine Krankenschwester. Ich suche eine Krankenschwester. Ich suche eine Krankenschwester. Ich suche einen Ansprechpartner. Ich suche einen Ansprechpartner. Ich suche den Hausmeister. Ich suche den Hausmeister. Ich suche den Torwart. Ich suche den Trainer. Ich suche den Trainer. Ich suche den Trainer. Ich suche die Direktorin. Ich suche die Direktorin. Ich suche einen Verkäufer. Ich suche einen Verkäufer. Ich suche einen Verkäufer. Ich suche die Direktorin. Ich suche einen Verkäufer. Ich suche dich. 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 Ich suche einen Minister. Ich suche den Verantwortlichen. Ich suche den Verantwortlichen. Ich suche die Verantwortliche. Ich suche Juri Gagarin. Ich suche Juri Gagarin. Ich suche Angelina Jolie. Ich suche Claudia Schiffer. Ich suche Dirk Nowitzki. Ich suche Dirk Nowitzki. Ich suche Karl Marx. Ich suche Karl Marx. Ich suche Marlene Dietrich. Ich suche Marlene Dietrich. Ich suche Marlene Dietrich. Ich suche Dirk Nowitzki. 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 Hier ist niemand. Ich kenne diese Person nicht. Ich kenne diese Person nicht. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier.